Hallo Freunde fantastischer Geschichten, willkommen zu unseren drei fantastischen Büchern für den November 2022. In diesem Video stelle ich euch wieder drei interessante Romane aus dem Genre Fantastik vor, die alle im Oktober 2022 erschienen sind. Die Neugierigen unter euch finden alles weitere zu den Ausfallregeln unten in der Videobeschreibung. Der erste Roman ist ein Fantasy-Roman einer amerikanischen Autorin. Feuer über Nazira ist der erste Band der The Age of Darkness Trilogie von Katie Rose Poole. Der Roman ist am 13. Oktober im CBT Verlag erschienen und umfasst 576 Seiten. Der Klappentext Fünf Schicksale, eine Prophezeiung, ein Auserwählter. Nur einer kann die Welt retten oder in den Untergang stürzen. Einst lenkten sieben Propheten die Welt, doch sie sind längst verschwunden. Geblieben ist nur ihre letzte geheime Prophezeiung. Sie sagt ein Zeitalter der Dunkelheit voraus und die Geburt eines neuen Propheten, der die Welt entweder retten oder ihr Untergang sein wird. Fünf junge Menschen führt die Prophezeiung zusammen. Einen Prinzen in der Verbannung, eine Mörderin, die ihre Opfer mit der blassen Hand zeichnet, einen getreuen Paladin zwischen Pflichtgefühl und Herz, einen Spieler mit der Gabe, alles und jeden zu finden und ein sterbendes Mädchen, das kurz davor ist, aufzugeben. Einer von ihnen hat die Macht, die Welt zu retten oder sie in den Untergang zu stürzen. Im Klappentext kommt das Wort Prophezeiung oder Prophet nicht weniger als fünfmal vor. Weissagungen scheinen also eine wichtige Rolle in diesem Roman zu spielen. Das Personal scheint mir interessant besetzt zu sein, obwohl ich bei den Worten Prinz und Spieler einige Stereotypen befürchte, aber mich gerne vom Gegenteil überzeugen lasse. Die The Age of Darkness Trilogie ist bereits in den letzten Jahren im gebundenen Format erschienen, der erste Teil jetzt aber erstmals als Taschenbuch. Für diese neue Veröffentlichung hat der Roman ein neues Cover erhalten. Die beiden anderen Teile der Trilogie, Schatten über Behester und das Ende der Welt, seht ihr hier mit dem Cover der gebundenen Ausgabe, die mir vom Stil her ein bisschen besser gefällt, auch wenn ich das schlecht beurteilen kann, ohne die Geschichte wirklich zu kennen. Viel wissen wir nicht über dieses Zeitalter der Dunkelheit, es ist also Zeit, mehr darüber herauszubekommen, indem wir die Bücher lesen. Das zweite Buch sieht wirklich klasse aus. Benji Blues, der Fluch der Todesfee von der deutschen Autorin Nina Blason ist am 13. Oktober im CBJ-Verlag erschienen und umfasst 416 Seiten. Der Klappentext des Buches. Die 19-jährige Dee arbeitet in Helsinki als Tontechnikerin und Songwriterin. Musik ist ihr Leben, sie hat das perfekte Gehör und eine kraftvolle Singstimme, Doch niemand darf ihren Gesang jemals hören. Nicht einmal ein lauter Ruf darf ihr entschlüpfen. Denn die entstammt einer alten Linie von Todesfehen. Natürlich hat sie ständig Angst um ihren Freund Arvo und ist vorsichtiger denn je. Doch sie muss bald erkennen, dass es eine Gefahr gibt, die sie nicht kontrollieren kann. Ein Geist ist Arvo auf den Fersen mit einer perfiden Strategie. Er will ihr offenbar das nehmen, was sie am meisten liebt. Was steckt nur hinter diesen Angriffen und wird es die gelingen, ihre Liebe zu beschützen? Der wunderschön gestaltete Buchschnitt wird es laut Ankündigung nur in der Erstauflage geben. Ist wirklich etwas Besonderes, aber diesem Gimmick bedienen sich inzwischen immer mehr Bücher. Schade nur, dass man den Schnitt in einem gut gefüllten Bücherregal meist nicht zu Gesicht bekommt und er schnell Abnutzungserscheinungen bekommen kann, wenn man das Buch in der Tasche trägt. Neben der Gestaltung des Buches hat mich vor allem der Klappentext fasziniert. Die mehrmalige Erwähnung in der Buchbeschreibung, es wäre unwiderstehlich romantisch, schreckt mich eher ab. Dennoch wirkt die Geschichte, die im Klappentext kurz skizziert wird, angenehm unverbraucht. Eine Tontechnikerin als Heldin kenne ich noch nicht und auch die Fantasygestalt der Benji kommt bisher nur in wenigen Büchern vor. Der Roman von Nina Blason verspricht also spannende Unterhaltung. Das dritte Buch ist angeblich eine Autobiografie. Die Autobiografie von Catherine Janeway ist am 17. Oktober bei Crosskult erschienen und umfasst 360 Seiten. Angeblich wurde das Buch zusammengestellt von Yuma McCormack. Da die Star Trek Kapitänin Janeway ja nur eine fiktive Gestalt ist, würde ich annehmen, dass McCormack in Wirklichkeit auch die Autorin hinter der Geschichte ist. Der Klappentext Catherine Janeway enthüllt ihre Karriere in der Sternenflotte. Von ihrem ersten Kommando bis zu ihrer epischen Reise durch den Delta-Quadranten, die zu ihrem Aufstieg zum Vice Admiral im Sternenflottenkommando führte. Entdecken Sie die Geschichte der Frau, die weiter gereist ist als je ein Mensch zuvor, Jahrzehnte von zu Hause entfernt gestrandet war und neue Welten und Zivilisationen kennengelernt hat. Erfahren Sie, wie sie die Sternenflotte und den Marquis zu einer Mannschaft zusammenbrachten. Neue Allianzen mit Spezies in der ganzen Galaxis schmiedete und einer der größten Bedrohungen der Sternenflotte, die Borg, in ihrem eigenen Territorium besiegte. Außerdem erhalten Sie Einblicke in Janeways Beziehungen zu den wichtigsten Figuren wie Seven of Nine, ihrem Freund Tuvok, Neuankömmlinge wie Nelix und ihrem Stellvertreter Chikoti. Natürlich ist es erstmal sehr aufsehenserregend, wenn eine fiktive, gestaltende Autobiografie schreibt. Aber gleichzeitig ist es schon merkwürdig, dass das Buch mit 360 Seiten auskommt. Für so ein bewegtes Leben, wie ich es von Janeway erwarten würde, wirkt das ein wenig dünn. Kann es sein, dass sich diese angebliche Autobiografie hauptsächlich auf die Erlebnisse während der TV-Serie Star Trek Voyager beschränkt und das Leben davor nur so weit angerissen wird, wie wir es sowieso schon aus kleinen Sätzen der Serie kennen? Ich befürchte auch, dass die Lebensbeschreibung bei der, Vorsicht Spoiler, Rückkehr der Voyager auf die Erde mehr oder weniger abrupt enden wird. Hat jemand von euch das Buch gelesen und kann meine Befürchtungen bestätigen oder zerstreuen? Alles in allem freue ich mich persönlich sehr über diese Autobiografie, einer meiner liebsten Star Trek Charaktere, wer auch immer diese nun verfasst hat. Das waren sie, meine drei fantastischen Bücher für den November 2022. Links zu den Büchern findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Was haltet ihr von den vorgestellten Romanen? Habt auch ihr spannende Bücher im letzten Monat für euch entdeckt? Erzählt gerne in den Kommentaren darüber. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen, feinen Video. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da, einen wohlwollenden Kommentar in den Kommentar leisten und ein Abo auf Ich will mehr fiktive Autobiografie in Ehrenbasis. Ich bedanke mich auch sehr bei den Unterstützern meines Kanals. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen. Euer Professor Fantasy, Dominik Schmeller. 1-2-3-C-2-4-0-2-7-4-0-2-3-0-2-0-2-0-2-0-2-0-4-0-1-4-0-1-0-2-0-1. Untertitelung des ZDF, 2020